Quotrix. Im Großen und Ganzen kann Quotrix als die Düsseldorfer Antwort zum Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse bezeichnet werden. Denn in beiden Fällen handelt es sich um nichts anderes als um ein elektronisches Handelssystem. Dabei wird das elektronische Handelssystem der Börse Düsseldorf eben als Quotrix bezeichnet. Dieses elektronische Handelssystem ermöglicht es auch privaten Kleinanlegern in der Zeit von 8 bis 22 Uhr an Börsentagen zu traden. Dabei erfolgt eine Überwachung mit sogenannten Market Makern. Zudem wird den Interessenten neben der Möglichkeit zum Direkthandel aber auch eine Möglichkeit zum Orderhandel geboten.